Der Frieden, wie wir ihn einst kannten, lag in tausend Scherben. Erst kamen die Kobolde, dann die Unterhosenwichtel, Vampirkinder, Hippies, Krebsmenschen. Wir brauchen einen Erlöser, der alles Geschehene ungeschehen machen kann. Ich bin bereit. Juden können keine Erlöser sein, schon vergessen? Wir brauchen ein neues. Ein neues? Letzte Woche ist ein neues Kind in das Haus an der Fuller Street gezogen. Das neue Kind besitzt eine Kraft, die wir erst noch ergründen müssen. Wieso sollten wir ihm denn vertrauen? Beeil dich, komm schon! Beeil dich, stop! Ah! ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk